Coach wie gewohnt live, denn live ist es am schönsten, denn vom Teleprompter ablesen und Videoschneiden ist zu anstrengend und kann jeder. Heute wieder mit einer ordentlichen Portion Red Pill. Wenn ihr die Metapher nicht kennt, schaut euch den Film Matrix an. Matrix, da kommt Morpheus und bietet dem Neo die rote und die blaue Pille an. Und diese stehen eigentlich die rote Pille für die Wahrheit, für ein Aufwachen in eine Realität, die teilweise unangenehm ist, aber zumindest ist sie echt. Und die blaue Pille, du schläfst weiter. Diese rote Pille ist aber so, ich mag das nicht wirklich, dass jetzt nur das Ganze auf die Männer einfach mal so ein bisschen monopolisiert wird, dass wir sie uns gut schreiben. Jeder soll aufwachen, jeder soll ein bisschen die Wahrheit erkennen. Und deswegen sind meine Videos auch jetzt nicht ausschließlich für Männer gedacht. Ich habe über eine Dekade ausschließlich Frauen gecoacht und die liegen mir auch am Herzen. Alle Menschen liegen mir am Herzen und ich will, dass alle etwas in die Realität aufwachen und Probleme hoffentlich frühzeitig erkennen. Und falls sie es nicht erkennen und reingeraten, dann sollen sie möglichst verstehen, wo sie drin sind. Und so dieses berühmt-berüchtigte Hashtag Hamsterrad. Und wenn sie so wollen, daran arbeiten, dass sie bald da rauskommen. Also, wir haben schon 46 Zuschauer. An dieser Stelle möchte ich euch herzlich danken, dass ihr zugeschaltet habt. Eine Bitte habe ich aber. Und zwar könnt ihr hier sehen, dass lediglich von den Zuschauern, die ich habe, also lediglich. Ich bin froh drum. 59% sind solche, die den Kanal abonniert haben. Und knapp 41% sind so Ghostwatcher. Sie sind da, schauen sich das Ganze an. Und der Finger möchte einfach nicht auf diesen Follow-Button. Und ich bitte euch darum, ihr helft mir beim Algorithmus. Die Dinge, die ich anspreche, sind nicht wirklich populär. Sie sind nicht jetzt Social Media freundlich. Ich habe keinen Rückenwind. Und deswegen ist eure tatkräftige Unterstützung auch gefragt. Bitte schenkt ein Like. Seid nicht geizig mit den Likes. Okay, also, dann wäre das mal aus dem Raum. Ich werde euch nicht anbetteln. Mit der Zeit wird sich Qualität bewähren. Und wie ihr seht, bin ich ordentlich fleißig. Also, ich tauche gleich mal ein in die Geschichte. Heute geht es ja um die Unsichtbarkeit. Eine Superkraft, die nicht wirklich viele Vorteile hat, wenn es um Dating geht. Und diese Unsichtbarkeit trifft alle. Alle. Also Männer werden unsichtbar und Frauen auch. Aber ich werde euch in diesem Video die Einzelheiten dazu erzählen, wie es zu dieser ungewollten Unsichtbarkeit kommt. Dazu gleich mal eine Geschichte und wieso ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Ich hatte heute früh meine Yoga-Stunde. Und da habe ich mir eine hübsche, talentierte Yoga-Lehrerin engagiert. Die kommt regelmäßig zu mir nach Hause. Dann muss ich mich halt damit befassen. Und das empfehle ich euch allen, wenn ihr irgendwo ein Momentum kreieren möchtet, dann setzt euch positiv unter Druck. Ich habe einen Yoga, eine Yoga-Coaching. Und deswegen ist es so, dass ich dann halt entsprechend auch das Ganze machen muss. Wenn ich es mache, kommen Fortschritte. Wenn Fortschritte kommen, hat Burak Spaß. Und dann ist es so, dass er das auch von sich selbst ausmacht. Nun ja, wir haben die Yoga-Stunde erledigt und danach haben wir Smalltalk, ein bisschen miteinander gequatscht. Und wie es so immer ist, kommt man so auf gewisse Themen, wie zum Beispiel Dating. Und da ich neu in Dubai bin, habe ich sie mal gefragt, wie das ist mit dem Dating in Dubai. Und dann hat sie gleich mal den Kopf geschüttelt und gesagt, ach Gott, das ist furchtbar hier. Das ist sehr, sehr schwierig. Und da dachte ich mir, okay, wieso? Erzähl mal die Einzelheiten. Und da hat sie gesagt, ja, weißt du, Burak, in Dubai gibt es dreimal mehr Frauen wie Männer. Überschuss, Frauenüberschuss. Hört sich doch fantastisch an für die Männer. Also gleich Ticket kaufen und nach Dubai. Aber ich habe ihr dann so meine Ansicht gesagt, habe gesagt, ich glaube nicht, dass das wirklich der Fall ist. Ich bin jetzt auch schon hier und habe auch schon ein bisschen gesehen, was da rumläuft. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es so ist. Und ich will Dingen auf den Grund gehen. Ich bin auf Google, habe da die demografische Situation in Dubai gegoogelt. Und habe Ratio Male-Female, also Mann-Frau eingegeben. Und siehe da, Dubai hat eine Männerquote von 75%. 75% sind Männer und lediglich 25% sind Frauen. Und diese Dame hat mir gesagt, dass es einen Frauenüberschuss hat. Das fand ich ziemlich interessant und deswegen dachte ich mir, okay, ich greife jetzt mal dieses Thema aus. Weil ich habe das schon sehr oft erlebt, dass Frauen die Realität aus der eigenen Perspektive beurteilen. Das nennt sich Solipsismus. Also die Welt ist so, wie ich sie sehe, so wie ich sie fühle. Und ich will euch heute einfach mal kurz aufzeigen, wieso das so ist. Ich fange mit der berühmten Grafik an von Rolo Tomasi. Also wirklich Credits an Rolo Tomasi an dieser Stelle. Hier seht ihr sie, das ist die Kurve vom sexuellen Marktwert. Jetzt links seht ihr die rosa-rote Farbe, passend für die Frauen. Dass die sehr schnell im sexuellen Markt attraktiv werden für das Gegengeschlecht. Und die Beurteilung findet jeweils vom Gegengeschlecht statt. Also die Frauen beurteilen die Männer und umgekehrt. Die Frauen kommen ziemlich schnell nach ihren Teenagerjahren so in ihre Kraft, in ihre Anziehungskraft. Und haben es dann irgendwo, ich sage es mal so, 3, 4, 25 maximieren die meisten Frauen ihren sexuellen Marktwert. Ich weiß, nicht alle Burak. Ich weiß, Ausnahmen gibt es, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber in der Regel ist es so, dass eine Frau mit 22, 23 Jahren es einfacher hat, ungeschminkt attraktiv auszusehen als eine 42-Jährige. Das ist jetzt kein Angriff gegen Frauen. Ich weiß, dass Emotionen manchmal ein bisschen getriggert werden. Aber wir müssen Dinge sehen, wie sie sind. Und wenn du vernünftig bist, ab und zu jetzt mal auch logisch, rational denkst, dann wirst du das bestätigen. Ja, sonst würden nicht ganz viele Frauen versuchen, jünger zu wirken und Männer erfolgreicher zu wirken. Denn die blaue Kurve, das ist das von den Männern. Und wir sehen, wir sind nicht wirklich wahnsinnig attraktiv für das Gegengeschlecht, wenn wir 2, 23 Jahre alt sind. Wir schaffen es so Mitte 30, unser Potenzial zu verwirklichen. Denn Frauen und Männer suchen sich das Geschlecht nach anderen Merkmalen aus. Die Attraktivität, die Gene, wie die Person aussieht, wie gepflegt sie ist, das ist das eine. Aber wir Männer schauen hauptsächlich darauf, wie die Frau aussieht, also optisch, wie sie aussieht, ihr Gesicht, ihr Körper. Und möglichst ungeschminkt, liebe Damen, ungeschminkt. Bitte Männer, schreibt mir kurz in die Kommentare rein, ob ihr das ähnlich so seht wie ich, oder ob ihr sagt, nein, ich liebe Schminke. Ich habe in meinem Umfeld immer dasselbe gehört. Männer wollen eine ungeschminkt schöne Frau. Klar darf sie sich schminken, soll sie sich schminken, aber sie soll mit der Schminke noch, ich sage es mal, ein Upgrade haben. Okay, aber idealerweise für mich zumindest ist es so, ich beurteile sie ungeschminkt. Ja, und das ist das. Die Anziehung ist primär, primär, das ist der erste Schritt. Die Anziehung, die Attraktivität ist optisch. Männer sind optisch. Bei Frauen ist es so, die sind optisch und sie schauen, was für Versorger- und Beschützerqualitäten der Mann wie erfolgreich er ist und wie stabil er im Leben steht. Und deswegen ist es so, dass der Mann so Mitte 30 gegen 40 sein Potenzial maximiert und entsprechend sich attraktiv macht für die Frauen. Gut, da erzähle ich wahrscheinlich nicht wirklich was Neues. Das hier ist eine falsche Grafik. Das ist die Grafik, von der die Frauen einfach betört werden durch die Medien, durch Popkultur, Politik, Feminismus. Das wird ihnen gesagt, du bist ganz schön, ganz schnell ganz hübsch und anziehend und attraktiv und das bleibt so. Das bleibt so, bis du 50 bist. Da bist du sowieso verheiratet, hast Kinder, ein glückliches Leben. Das ist die falsche Grafik. Also, so sieht es tatsächlich aus. Dann ist wichtig, dass ihr Folgendes versteht. Frauen haben die sexuelle Strategie der Hypergamie. Das heißt, sie wollen sich als Partner dem besten Mann, ihr seht wieder die Grafik, den besten, da bei der blauen Kurve an der Spitze, dem besten Mann angeln, den sie haben können. Ja, das ist die Hypergamie, weil biologisch betrachtet ist es so, dass eine Frau keine 100 Kinder haben kann. Männer schon. Spermien sind billig und Eizellen sind teuer. Eine Frau kann nicht so viele Kinder bekommen, deswegen ist es ihre biologische Strategie, dass sie sagen, wenn schon, denn schon, wenn ich schon Kinder mit einem bekomme, dann soll das der beste sein, der beste Versorger, hübsch soll er sein und erfolgreich und, und, und. Gut, nun ist es aber so, dass das nicht der Durchschnitt der Männer ist. Und das ist eine Grafik von OKCupid und die wurde mit sieben Millionen Menschen durchgeführt. Das ist eine Statistik, die zeigt, wie attraktiv Männer in den Augen von Frauen sind. Anziehend, attraktiv, auf das Optische, auf das erste Schritt betrachtet. Oben seht ihr so eine kleine Glockenkurve, ganz links ist so, ich sage jetzt mal, das sind die Frauen, wo der Mann sagt, ne, die fasse ich nicht mit der Zange. Ich übertreibe, provoziere, damit ihr es wirklich versteht. Dann sind so die Runde, was sind es, 15, 16 Prozent, wo die Männer sagen, die ist unattraktiv. Dann kommt so der Bereich, wo sie sagen, ist okay, gut aussehend, sehr hübsch. Und dann geht es so in Richtung wunderschön und umwerfend. Ja, das sind so die Frauen aus den Augen der Männer. Und jetzt schauen wir auf die Grafik hier unten, ja, hier, hier unten. Das ist das, was die Frauen sehen. Und diese Frauen aus dieser Studie mit sieben Millionen Menschen haben gesagt, 80 Prozent der Männer sind unattraktiv. 80 Prozent der Männer sind die, die bei Tinder sofort innerhalb von einer Sekunde nach links geswipet werden. 27 Prozent sind, uah. 31 Prozent sind niemals unattraktiv. Und dann um die, ich sehe das jetzt, die 23 Prozent sind so, okay, Durchschnitt. Und dann, okay. Und dann kommt so langsam, der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Und das ist er, okay. Ihr seht es flach, ziemlich heftig ab. Und ich habe euch gesagt, die Strategie der Frau ist die Hypergamie, okay. Hypergamie, damit ihr das versteht, sieht folgendermaßen aus. Das ist so wie Männer wählen auf der linken Seite. Die roten Männchen sind Männer, die sagen sich, okay, ich bin beispielsweise ein Durchschnitt, eine 5. Ich nehme die 5, ich nehme die 6, ich nehme die 4. Ich nehme teilweise, wenn ich betrunken bin, 3. Und wenn ich Glück habe, eine 9, okay. Bei Frauen, Hypergamie besagt, sie wollen den Besten haben. Sie wollen alle die oberen 20 Prozent, okay. Das ist das Pareto-Prinzip. Sie wollen im Grunde genommen so 80 Prozent, sogar 100 Prozent der Frauen wollen alle das Beste vom Besten. Das ist in den Frauen drin. Sie sagen sich nicht einfach so, ach, ich gehe jetzt einfach mal den Kompromiss ein und nehme jetzt einfach einen durchschnittlichen Typen. So, also jetzt haben wir so das Grundprinzip besprochen, was das Problem ist, wieso, dass Männer unsichtbar sind. Wenn Männer jung sind, noch nicht erfolgreich sind und nicht irgendwie von Gott auf die Stirn geküsst wurden und denen die DNA mit in die Wiege gelegt wurde, dann sind sie einfach unattraktiv. Zumindest für die meisten Frauen ist es so, dass 80 Prozent der Männer nicht in die Kategorie fallen, wo sie sagen, mit dem würde ich gerne mal was trinken gehen, vielleicht mal was anfangen. 80 Prozent, okay. Schreibt mir bitte kurz in die Kommentare, ob euch das ein bisschen flasht, ob ihr das jetzt auch gekannt habt oder entsprechend, dass vielleicht neue Inputs sind, würde mich jetzt persönlich interessieren. Auf alle Fälle war es für mich keine Überraschung, aber es war jedes Mal, ist es spannend zu hören aus der Perspektive der Frauen, wie sie die Welt betrachten, besonders von jungen Frauen, wenn sie davon reden, dass es keine guten Männer gibt. Es gibt sie, aber sie haben die Scheuklappen auf und sehen diese guten Männer nicht, weil die optisch nicht unbedingt das widerspiegeln, was sie gerne suchen. Jetzt könnte man meinen, dass es tatsächlich so ist, dass es nur die hübschen jungen Frauen sind, die so wählerisch sind. Da habt ihr euch aber geschnitten. Es gibt Studien, die zeigen, dass Plus Size Models, also sehr übergewichtige Frauen, keine dickeren Männer mögen. Sie mögen keine dicken Männer, sie wollen keinen Mann mit Bauch. Okay, das ist ein Widerspruch. Plus Size ist mehr wie übergewichtig. Das sind fast schon krankhaft übergewichtige Menschen. Und diese Frauen sagen sich, weißt du was, ich bin zwar dick, aber ich will keinen dicken Mann. Double Standards. Okay, dann sind die sowieso gleich mal disqualifiziert. Und die sozialen Medien, will ich auch noch einen Punkt dazu erwähnen, die tun auch noch ihr Ding dazu. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal zurück in der Geschichte. Früher, in den 1940ern, 50ern, hat es nicht sehr viel gebraucht, um der Frau was bieten zu können. Denn das waren schwere Zeiten. Das war damals so, dass der Mann tatsächlich auch versorgen musste, beschützen musste. Entsprechend war es so, dass er, wenn er Essen auf dem Tisch gezaubert hat und ein Dach über dem Kopf geboten hat, dann war das ein qualitativer Mann. Heute hat sich die Situation gänzlich geändert. Seit 1969, da kam die Anti-Baby-Pille und dann kam die feministische linke Bewegung und die Indoktrinierung von Generationen von Frauen, denen gesagt wurde, dass sie keine Männer brauchen. Sie sollen sich unabhängig machen. Und diese Unabhängigkeit, die haben wir jetzt schon teilweise. Ganz viele Männer sind orientierungslos und haben keine Mission und nicht wirklich echte Ziele, die bedeutend sind in ihrem Leben. Das Essen kommt von Pizza Hut, McDonalds. Auto kann sie sich selbst leisten, Geld hat sie selbst auf dem Bankkonto, ihre eigene Wohnung oder teilt sich eine WG mit der Freundin oder wohnt zu Hause. Jetzt frage ich euch, wo ist die Rolle des Versorgers, wenn die Frau schon alles hat und kann? Besonders in ihren fruchtbarsten, attraktivsten Jahren, wenn sie dann plötzlich sowieso, ich sage jetzt mal, sagt, okay, ich bin in meiner Kraft, das spürt sie unterbewusst und will den besten Typen haben, den sie haben kann, diese 10, 20 Prozent, die dann alle haben wollen und entsprechend auch sagt, ich brauche ihn aber nicht, will mich unabhängig machen. Da ist nicht viel Raum für einen qualitativen Mann, weil sie nicht im Mangel ist. Und wenn du im Mangel bist, dann ist es so, dass die Bedürfnisse hochkommen. Wenn du in der Fülle bist und alle Türen aufgehen, dann ist es so, dass du denkst, ich habe endlos Zeit, das Leben ist für mich und später kann ich ja, wenn ich tatsächlich möchte. Wieso? Ich habe die Option. Die Realität zeigt es ihnen. Social Media tut sein eigenes dazu und zwar ist es durch Social Media so, dass die Frauen unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen und Aufmerksamkeit ist Crack für Frauen. Das ist die Währung, unter dem die Frauen so quasi sich vergleichen und konkurrieren. Die Frau mit der meisten und größten Aufmerksamkeit, das ist die Queen, Kim Kardashian. Okay, ganz, ganz viele Frauen wollen so sein wie sie oder ihre kleine Schwester. Wieso? Weil die hat unglaublich viel Aufmerksamkeit. Wieso ist diese Aufmerksamkeit so wichtig und wieso ziehen sich Frauen dafür aus und machen mehr oder weniger alles dafür? Weil eigentlich der Zweck dieser Aufmerksamkeit ist es, zu wählen, aus dem Pool, den man jetzt hat, zu wählen. Das verpassen aber die meisten, dazu komme ich nachher noch. Und bei Social Media ist es so, dass die Frauen plötzlich nicht mehr den lokalen Markt haben. Früher war es vielleicht die Stadt oder ein Dorf und dann ging man in die Dorfkneipe, Disco und Club. Und entsprechend war es so, dass man da dann angesprochen wurde von den Männern, die in der Peripherie, in der Gegend sind. Das war so der sexuelle Markt. Mit Social Media, insbesondere Instagram ist es aber so, dass dieser sexuelle Markt weltweit offen ist. Und jetzt bekommen sie Aufmerksamkeit aus Zimbabwe, USA, Dubai, Türkei, von überall auf der Welt. Und sie vermischen das. Die Frauen können das nicht wirklich unterscheiden, ob das tatsächlich ein Potenzial ist oder tatsächliche Option ist. Oder fiktiv, Monopoly-Geld. Ja, das ist einfach, es kommen Likes und Smileys und Flammen und Follower. Unterm Strich ist es so, dass sie das Gefühl hat, dass sie unendlich viele Möglichkeiten hat. Aber jetzt ganz im Ernst, so richtige Interaktionen hat sie ja mit denen nicht. Also wenn sie dann rausgeht, dann ist sie nicht ständig in der Duckface-Pose, wo sie Photoshop macht, Filter draufsetzen kann. Dann ist sie wieder in der realen Wert, mit ihrer realen Art. Aber unbewusst hat sie das Gefühl, dass sie zwei Punkte höher ist im sexuellen Markt. Das heißt, wenn sie vorher eine sieben war, hat sie das Gefühl, jetzt ist sie eine neun. Wenn sie eine zehn war, hat sie das Gefühl, sie ist eine zwölf. Okay, wer von euch hat das auch schon mitbekommen? Bitte gebt mir einen Daumen hoch, falls ihr das irgendwie mitgespürt habt. Das ist kein Frauen-Bashing. Das ist absolut kein Bashing. Ich verstehe das. Es ist absolut nachvollziehbar, wieso das ist passiert. Aber ich will euch einfach zeigen, was für destruktive Folgen das haben kann. Wenn man diese Optionen nicht wahrnimmt und wenn man die Zeit als selbstverständlich nimmt und vorbeiziehen lässt. Das ist mir wichtig. Jetzt will ich euch mal zeigen, was passiert, wenn man plötzlich das Gefühl hat, okay, ich bin sowieso was Fantastisches. Ich bin eine Zehn und habe meine Standards. Verdiene ich mir auch. Und dann kann es passieren, dass du jetzt einfach durch deine Standards dich selbst disqualifizierst und dich aus dem sexuellen Markt verdrängst. Dazu will ich euch mal kurz was zeigen. Hoffentlich klappt das jetzt so. Okay, bitte einfach mal zuschauen. Also, das ist jetzt eine Dame, die jetzt gesagt hat, okay, sie macht jetzt eine Show. In dieser Show ist sie sozusagen live Tinder. Sie hat ganz, ganz viele Männer um sich und darf in dieser Runde dann entsprechend selektieren, ihre Standards durchsetzen. Und ganz am Anfang hat sie schon gesagt, ich hatte so viel Pech mit diesen schlechten Männern. Also gibt es schlechte Männer. Die 80 Prozent, die es sowieso nicht wert sind, dass man da wirklich viel Zeit mit denen investiert. Das gibt ja den Besseren. Das sind 20 Männer und die tun jetzt so, als ob sie miteinander texten. Klar muss sie am Anfang ein bisschen Aufmerksamkeit haben, sagt er, und wer wäre gerne mit mir zusammen? Und die Männer, habt ihr die Reaktion jetzt gesehen, die sie jetzt hatte? Also die Männer sagen, ja, absolut, ich will mit dir zusammen sein. Und da stehen ein paar auf und sie ist enttäuscht. Sie sperrt ihren Mund auf und denkt sich, was, die gehen, also die haben Standards, okay. Und ich bin jetzt nicht in diesem Standard, how dare you, wie kann das sein? Also, okay, sie mag es zu tanzen und möchte keinen langweiligen, beziehungsweise einen Mann, der nicht tanzen kann und einfach nur rumsteht. Also tanzen muss auch auf eurer Liste, Jungs, falls ihr so ein Goldstück erwischen möchtet. Also jetzt wird es ein bisschen sexuell. Sie sagt, ich will keinen Freak, er soll kein Fußfetischist sein. Verstehe ich auch nicht, aber es gibt ganz viele davon. Aber ein bisschen würgen ist okay. Und liebe Leute, das ist nicht ungewöhnlich. Frauen mögen dominante Männer nicht jetzt übertreiben und die Freundin anfangen zu würgen, um Himmels Willen. Aber wenn es ein bisschen animalisch zu und her geht, also ich muss euch sagen, also besonders dann, wenn du selber ein bisschen dominant bist, locker bist, Spaß im Bett hast, dann ist es so, dass das ein Plus ist für die meisten Frauen. Und hier geht dann. Und hier geht's zusammen. So, jetzt wird es langsam eng für die Männer, weil sie möchte einen Großgewachsenen. Also sie ist in etwa 1,71 Meter, 1,72 Meter, ich glaube es, wenn ich es richtig gedeutet habe. Und sie will einen 6 Feet, ich weiß jetzt nicht genau wie groß, aber geht davon aus, 1,80 Meter drüber. So, ihr seht, dass ganz schnell ganz viele aussortiert wurden, Killerkriterium. Und dabei wäre es wichtig zu wissen, wie viele Männer überhaupt die größten Standards von Frauen erfüllen, sind nämlich nicht ganz so viele. Jetzt hat sie gesagt, sie will gerne mit jemandem zusammenkommen, wo sie Kinder haben kann, innerhalb 7 Jahren. Ich fand es interessant, die Zahl 7 zu hören, denn sie ist, soweit ich das rausgehört habe, 25 Jahre alt. Das bedeutet, sie lässt sich ordentlich Zeit, auch wenn sie den super Typen hat, lässt sie sich ordentlich Zeit. Und da frage ich mich, wofür? Du bist schon 25, nach 7 Jahren bist du 32 Jahre alt. Und wenn du eine Familie möchtest, dann solltest du die fruchtbarsten Jahre dafür nutzen. Also es zeigt schon eine gewisse Art von, nun ja, es ist ein bisschen gesunder oder ungesunder Egoismus. Ich will noch leben, nicht zu schnell, ich habe andere Projekte, die wichtiger sind als Kinder. Sonst hätte sie jetzt nicht gesagt, 7 Jahre, sonst hätte sie gesagt, ich will einen Mann, der Kinder möchte, so schnell wie möglich. Finanziell stabil, mental stabil soll er sein. Das ist wichtig. Wichtig ist aber auch, diese mentale Stabilität bei ihr zu finden. Da waren es nur noch 4. Mögt euch erinnern, 20 waren es am Anfang. Sie hatten einen jüngeren Bruder, der ist 24 Jahre alt, sie ist 25. Sie kann sich nicht vorstellen, mit einem jüngeren zusammen zu sein, weil die Zahl ihr nicht passt. Alright, jetzt kommt Thanos. Alright, hast du das gehört? You will be single for a while. Das hat einer der Kandidaten dann gesagt, als er davongetreten ist. Okay, und da hat er nicht Unrecht. Und zwar ist das Problem bei Frauen dieser, dass sie umgekehrt dann, wenn sie zu lange warten, auch unsichtbar werden. Umgekehrt, jetzt einfach im Alter. Ihr mögt euch erinnern. Die Frau von der Anziehung, Attraktivität ist so, dass sie dann mit dem, ich sage es mal so, in etwa gegen 30, wenn sie nicht kapitalisiert, verliert sie ganz schnell ganz viel Boden. Und dann, wenn sie 45 und Single ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie alleine bleibt, extrem hoch. Extrem hoch. Männer 45 plus sind in der Regel, haben keine Probleme, sofern sie ein bisschen was zu bieten haben, in einer Beziehung zu finden. Okay, das ist wichtig, dass ihr das wisst. Denn umgekehrt, damals, als die Männer jung waren, war es so, dass sie sexlos und beziehungslos waren. Und bei Frauen ist es so, dass wenn sie jung sind, das sind auch Statistiken draußen, die sind nicht unbedingt sexlos und beziehungslos. Dieses Problem haben sie nicht. Die Männer haben so diese Incel-Geschichte in, also unfreiwillige Jungfrauen. Also sie wollen ja gerne mit Frauen zusammen sein oder auch Partnerschaften haben, aber dadurch, dass sie unattraktiv, unsichtbar sind, ist es so, dass sie die Gelegenheit nicht haben und deswegen einfach mal zu Hause Videogames, Pornhub, so diese Geschichten. Bei Frauen, wenn sie dann die Partyjahre verpassen und die Kurve nicht bekommen, nicht richtig und anständig wählen, dann ist es so, dass entweder, wenn sie falsch wählen, Scheidung, 45 Jahre als Single, 50 ist die Wahrscheinlichkeit fast schon bei über 90 Prozent, wenn nicht höher, dann bleiben sie Single und haben die volle Verantwortung für ihr ganzes Leben. Das bedeutet, sie müssen das Leben lang die Verantwortung für die Steuern, für das Einkommen, sprich Essen, Miete, Reisen, alles selber tragen und jeder von euch weiß, dass das Leben nicht unbedingt ein Zuckerschlecken ist, sofern du nicht irgendwie was geerbt hast oder unglaublich viel Geld verdienst. Zudem sind Frauen soziale Wesen, das heißt, sie sind gerne zusammen mit anderen Menschen, wenn dann plötzlich alle Freundinnen heiraten, Kinder bekommen und dann entsprechend auch weniger die Single-Tage, Ausgang, Party, das nicht mehr Spaß macht und keiner mehr da ist, um das zu machen, dann wird es schwierig. Dann ist es wirklich so, dass Frauen nur noch eine Möglichkeit suchen, den Schmerz zu betäuben, nicht selten Alkohol und Psychopharmaka. Bei Männern, sofern sie ihre Zeit nutzen, ist es andersrum. Bei denen ist es so, dass sie entsprechend sogar, wenn sie alleine sind, zufrieden sein können. Ich rede jetzt nicht von glücklich, aber zufrieden sein können, weil für uns ist es selbstverständlich, dass wir bis an unser Lebensende die Verantwortung für unser eigenes Leben tragen. Also es ist nichts Neues. Dann gehen wir halt arbeiten, bis wir tot sind. Und dann haben wir Hobbys, treffen andere Single-Männer, das geht. Alright. Also ich habe jetzt ein bisschen das Ganze versucht, so deutlich zu machen, wieso, dass Männer und Frauen anders, aber gleich unsichtbar für das Gegengeschlecht werden. Bei Männern ist es die Jugend. Da, wo sie noch nicht ihr Potenzial maximiert haben, Aussehen, Finanzen, Status, da müssen sie dran arbeiten. Das ist die Message an euch Jungs, unter 35 nutzt die Zeit. Priorisiert keine Frauen. Ich weiß, die Hormone schreien nach Fortpflanzung und Sex, aber priorisiert zuerst euren Körper, wenn ihr so gerade mal Anfang 20 seid oder Ende Teenagerjahre und danach ist es so, dass ihr euch um einen Beruf bzw. um Kompetenz kümmern solltet und dann diesen Beruf und diese Kompetenz einsetzt, um finanziell stabil zu sein. Passt auf, dass ihr euch keine Hürden aufbaute und Sabotagen einbaute, die euch Dekaden zurückwerfen können. Das sind Schulden, das ist übermäßiger Konsum. Ich empfehle euch, damit ihr wirklich vorwärts kommt, etwas minimalistisch zu sein und nicht im Vergleich mit anderen Männern Erfolg vortäuschen zu wollen. Liebe Damen, bei euch, wenn ihr jünger seid, empfehle ich euch, dass ihr gut kapitalisiert. Dazu gehört natürlich auch, dass ihr gut auswählen könnt. Bedeutet, du musst wissen, was ein qualitativer Mann ist und dann musst du wissen, was ein qualitativer Mann für eine Beziehung sucht. Für Sex wisst ihr das alle, was die wollen. Das ist nicht schwer. Für die Beziehung ist es aber so, dass neben dem Äußeren, neben dem Gesicht und dem Körper die Harmonie, Frieden, die Femininität eine Rolle spielt. Ein Mann will kein Projekt am Hals haben. Er will keine Baustelle, er will keine Nörglerin, keine Kampfsau, die in Konkurrenz mit ihm ist. Ein qualitativer Mann möchte eine feminine Frau, die ihn ergänzt. Nicht dasselbe macht, ergänzt. Und wenn ihr auf diese Qualitäten setzt, sind eure Karten sehr, sehr gut. Was aber, jetzt sind wir eigentlich beim Schluss vom Ganzen. Was aber, wenn jetzt man diese Ratschläge hätte früher haben müssen, dass Coach Burak vor 15 Jahren hätte zu euch sprechen müssen. Dann ist es so, bei Frauen ist es so, wenn du nicht früh kapitalisierst und jetzt 30, 35, 40 Jahre aufwärts bist, dann gebe ich dir zwei Tipps. Erster Tipp ist, mach dich beziehungstauglich. Nochmals, für die Beziehung ist es nicht unbedingt aufgespritzte Lippen, Silikonimplantate, Fett absaugen, permanent Make-up, Hair Extensions. Nein, für die Beziehung zählen innere Werte. Das heißt, der Mann muss sich wohl in deiner Anwesenheit fühlen. Du musst Harmonie und Frieden ausstrahlen. Das heißt, wenn du in sein Leben gehst, geh davon aus, wenn du einen Mann möchtest, der Stabilität gibt, diese Stabilität bekommt er, weil er in die Schlacht geht. Also Probleme von anderen Menschen löst und entsprechend, wenn er nach Hause kommt, will er Frieden. Und wenn du da den Frieden nimmst, unzufrieden bist und der jetzt zu Hause auch ein Projekt hat, wo er daran arbeiten möchte, das ist nicht das, was Männer für Beziehungen suchen. Nochmals, Sex ist einfach. Sex, weißt du ganz genau, wie du das bekommst. Die Strategie ist genau die, die du falsch machst unter Umständen. Das heißt, mit 45 versuchst du noch auszusehen wie eine 25-Jährige, Push-up rein, High Heels, Extensions, you name it. Das ist die Strategie, um sexuelle Anlaufstelle zu werden. Das heißt, dass andere Männer sich sexuell für dich interessieren. Das ist vielleicht ein Türöffner. Wenn du die Türe aber geöffnet hast, meine Damen, dann musst du mit Femininität, Harmonie, Kooperation punkten. Gut, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, du musst, und das wird euch schwerfallen, weil bei euch die sexuelle Strategie die Hypergamie ist, du willst ja immer dem Besten, deine Standards reduzieren. Dann nimmst du deine Liste, die du mit 25 gemacht hast, irgendwo intuitiv und streichst einige Elemente aus. Volles Haar, durch damit. Ja, über 1,80 Meter groß, nicht unbedingt. Ja, er muss mindestens 150.000 pro Jahr verdienen, vielleicht reichen auch 60. Okay, du musst deine Standards verringern. Ich weiß, das ist nicht einfach und die meisten machen es nicht, obwohl sie es wissen, aber das Risiko ist halt das, dass die Zeit läuft und du unter Umständen nach 5 Jahren noch weniger Potenzial hast, eine Beziehung zu verwirklichen. Gut, jetzt zu den Männern. Zu den jungen Männern habe ich es gesagt, eure Aufgabe ist es, euer Potenzial zu maximieren. Körper, Kompetenz, Geld. Diese drei Punkte in der Reihenfolge. Und danach kommen Social Skills. Da lernst du, mit Menschen umzugehen, angenehm zu sein, entwickelst dich weiter. Und du kannst gerne auch mit Frauen daten, lernen, wie man flirtet, lernen, wie man so ein bisschen diese Dynamik versteht und auch entsprechend einsetzt. Aber deine Priorität ist nicht, dass du sagst, ja, mit 25 will ich so schnell wie möglich Familie, Kind, Freundin, feste Beziehung zusammen in eine Wohnung ziehen. Willst du nicht. Ich weiß, unter Umständen ist es so, dass du sagst, ja, aber ich will das. Aber meistens kommt dieser Wunsch aus einem Mangel. Der Mangel ist der, dass du in der Vergangenheit nicht viele positive Referenzerfahrungen gemacht hast. Und deswegen ist jede positive Erfahrung in jungen Jahren sehr aufregend und neu. Und dieses Neue, dieses Gefühl, das willst du festhalten. Ich verstehe das. Aber es kommt Besseres. Dann bist du finanziell unter Umständen noch am Strugglen. Absolut normal, wenn du in deinen Zwanzigern bist. Wie auch. Also du musst ja irgendwo auch alles langsam aufbauen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber wenn ich mit einer zusammenwohne, dann teilen wir uns die Miete. Das ist nicht die richtige Einstellung, um dein Potenzial zu maximieren. Also schau zu, dass du die Zeit nutzt. Ich empfehle dir, dass du erst so ab 30, besser Mitte 30, so dann dich findest und einfach mal reflektierst. Und dann entsprechend kapitalisierst und sagst, jetzt weiß ich, was ich nicht will. Und jetzt weiß ich, was ich will. Und dann Richtung Familie, wenn du das so möchtest, eine feste Beziehung. Zusammen einziehen in etwa sechs Monate, bevor das hier überhaupt zum Beispiel Kinder bekommt oder heiratet, wenn das tatsächlich euer Wunsch ist. Anderes Thema für ein anderes Video. Und jetzt kommen wir zur schwierigsten Kategorie. Liebe Damen, das seid nicht dir. Das sind die Männer über 40, die ihr Potenzial nicht verwirklicht haben. Die haben es richtig schwer. Weil bei denen kann ich jetzt nicht sagen, mach dich harmonisch und interessant. Nein, das sind die Loser, auf gut Deutsch gesagt, weil keine Frau will was mit denen zu tun haben. Die sehen nicht mehr attraktiv und gut aus. Sie haben nicht mehr die Zeit, um ihr Potenzial zu maximieren. Und sie haben einen schlechten Track Record. Also das heißt, in der Vergangenheit haben sie eigentlich nichts bewegt. Und das ist kein gutes Zeugnis für die Zukunft. Liebe Männer, 40 aufwärts, das ist wirklich kein Tipp, wo ich sage, ich als Experte will, dass du das umsetzt. Das ist einfach die Überlegung. Du hast immer noch die Möglichkeit, dein Leben zu optimieren. Das heißt aber, du musst deine Standards auch reduzieren. Das weißt du. Bei den Männern muss ich das meistens nicht erklären. Dicke Männer haben nichts gegen dicke Frauen. Die sind viel, viel logischer beim Denken. Und vielleicht sogar so darüber nachdenken, ob du alleine für dich glücklicher wirst. Das ist dann so ein bisschen man going their own way, MGTOW, wo ich dann sage, okay, du musst nicht unbedingt in einer Beziehung sein, um glücklich zu sein. Glück kommt nicht vom Außen. Glück kommt nicht von einer Frau. Glück kommt von innen. Das heißt, du kannst dein Leben immer noch super interessant gestalten. Auch immer noch Potenzial verwirklichen. Und entsprechend, wer weiß, wenn du dann auch an dir arbeitest, was aus dir machst und dann auch glücklich bist, kannst du auch beziehungstechnisch ein Treffer landen. All right. Also Leute, das war's. Ich gehe jetzt ein paar auf ein paar Fragen ein, aber machen wir es kurz und knackig. Ich hoffe, dieses Format passt euch. Ich gebe mir hier ordentlich Mühe und dank eurer Hilfe, Unterstützung, Likes, Follows und Shares ist es so, dass ich nächstes Jahr ganz sicher in der Hälfte, also erste sechs Monate 2022, die 50k knacken werde. Mit dem Ziel 100k auf nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr. Also, Coach, datest du regelmäßig 8er, 10er Frauen und hast du genug heiße Mädels, die mit dir eine Beziehung eingehen wollen oder tust du dir selbst nicht leicht? Es ist nicht leicht, aber es ist um Welten leichter wie vor 15 Jahren, mein Freund. Ich habe mir gesagt, ich date keine unter einer 8er. Für mich, meine, meine, das ist eine Challenge für mich. Siebener habe ich festgestellt, das ist so, passt, das funktioniert sehr gut bei mir. Das ist so das, wo ich sage, okay, da ist jetzt nicht so sportlich herausfordernd. Achter sind immer noch Herausforderungen, neuner super Herausforderungen. Ich kann mich echt nicht beklagen, echt nicht beklagen, ja. Was haben wir da? Wenn du Humor hast, kannst du auch eine Glatze haben und eine nach der anderen nageln. Ne, das geht nicht so einfach. Danny DeVito hatte bestimmt auch Humor, aber der hat nicht eine nach der anderen genagelt. Selbstbewusstsein hilft. Aber dieses Selbstbewusstsein darf nicht gespielt sein. Es muss ja von wo stammen. Wieso bist du selbstbewusst? Weil du in der Vergangenheit positive Referenzerfahrungen gesammelt hast und du dir selbst im Bewussten bist, wer du bist. So, stellt Fragen zum Thema. Alright, Coach, du hast erzählt, dass du auf Tinder, warte mal schnell, überhaupt keine Matches hattest, ja. Das war ein Experiment damals mit meiner Ex-Frau, haben wir gesagt, okay, lass uns Tinder die App runterladen. Und nach einer Woche ist sie dann vorbeigekommen und hat dann hochgeaucht und gesagt, Tinder ist das Beste, was es gibt. Und ich dachte mir, was für ein Scheiß, ich habe es abbestellt. Sowieso, ich hatte vier, vier Matches, es waren zwei Bots und irgendwie so eine Asiatin und sonst eine, wo ich nicht weiß, ob das ein Catfish war. Absolut enttäuschend, Tinder ist absolute Katastrophe, liebe Leute, da werdet ihr abgezockt ohne Ende. Ihr seid absolut am falschen Ende. Es sind hauptsächlich Männer dort, man versucht mit Ach und Krach Frauen reinzubekommen, indem, dass man ihnen günstigere Preise anbietete. Und du bist da wirklich am falschen, wie soll ich, am falschen Ende. Wenn du nicht gerade aussiehst wie ein Male Model und nicht super fancy Bilder hast, ist es so, dass ich dir das gar nicht ans Herz legen würde. Ich würde dir empfehlen, dass du lernst, Frauen auf der Straße anzusprechen oder im Club oder im Einkaufszentrum anzusprechen. Ist charmanter, männlicher und das machen lediglich zehn Prozent der Männer. Lediglich zehn Prozent. Mit Tinder ist es so, da ist ein Buffer, das heißt, du bist ein Puffer, du musst nicht mutig sein. Du kannst einfach sagen, hey, vielleicht habe ich Glück. Nein, diese Frau, die du answipest, bekommt täglich, auch wenn sie älter, übergewichtiger und nicht so hübsch ist, täglich bekommt sie 50 bis 100 Swipes. Und entsprechend ist es so, dass sie dann plötzlich auch sagt, okay, das ist also meine Auswahl und swipet optisch. Die schaut nicht die Persönlichkeit der Menschen an und geht auf jeden Einzelnen ein. Also, Tobias, was ist, nach deiner langjährigen Erfahrung wurde auf die Frauen bei dir am meisten geachtet haben, spezifizieren, körperlich als auch mental. Bei mir war es tatsächlich die Persönlichkeit. Ich habe eine sehr starke Persönlichkeit. Ich setze mich als Priorität, habe das schon früh, sehr früh gemacht. Ich habe Standards. Heute bin ich wirklich mit meinen knapp 45 Jahren so ähnlich wie die 22-jährige Disco-Schönheit. Also ich, du musst schauen, wie datet eine 22-jährige Neunerfrau? Wenn sie mit dir zusammenkommt, dann ist es so, sie sucht nach Disqualifikationsmöglichkeiten. Sie sucht nach kleinen Makeln, um zu sagen, nee, will ich nicht. Sie schaut nicht nach Positiven, wie wir Männer das in der Regel machen. Also schaut nicht, ah, ist zwar nicht so hübsch, aber ist trotzdem, ist bestimmt okay. Und dann hat sie vielleicht eine Macke oder ist von der Persönlichkeit her nicht so angenehm. Aber man denkt sich, ach, naja, das kommt schon gut irgendwie. Eine Zehnerfrau, eine Junge, die schaut nach Disqualifikationsmöglichkeiten. Und das mache ich jetzt auch. Ich sehe ganz schnell die roten Flaggen und bin überhaupt nicht durstig nach irgendwie jetzt das Erstbeste, was ich bekommen kann. Mein Gott, ich hatte genug Sex in meinem Leben und komme jetzt auch nicht irgendwie zu kurz. Und entsprechend ist es so, dass ich sage, ich schaue auf andere Qualitäten, die rar werden heutzutage. Einen dicken Booty und aufgespritzt Lippen. Bitte, ist das wirklich alles, was du zu bieten hast? Ehrlich? Nicht, aber was ich nicht so oder sehr selten sehe, sind feminine Attribute. Frauen, die nicht einen auf modern machen und die Maskulinität nur dann wollen, wenn es ihnen danach ist. Sie wollen den Versorger und den Beschützer, aber wenn es dann plötzlich jede Freiheiten einschränkt, nein, nein, dann will ich keinen Versorger und Beschützer. Selektiv, das ist nicht meins und da bin ich sehr sensibel. Ich empfehle euch dasselbe wie bei mir. Wenn es um Beziehungen geht, bin ich bereit und gewillt, glücklich alleine zu sterben. Ich bin gewillt, glücklich alleine zu sterben, als dass ich mit einer Frau zusammen bin, die meinen Frieden stört. Das würde ich euch ans Herz legen, aber damit du glücklich alleine sterben kannst, musst du zuerst glücklich werden. Damit du glücklich wirst, ist wichtig, dass du so die Grundbedürfnisse und danach so ein bisschen den Überfluss hinbekommst. Nutze die Zeit und dann hast du was, was du beschützen möchtest mit aller Kraft. Und das lässt du nicht einfach so mit einer Unterschrift, riskierst du nicht plötzlich dein Leben, okay? Die Hälfte von deinem Einkommen, von deinem Vermögen, nur weil du irgendwie jetzt nicht mit deinem Kopf gedacht hast. Seid vorsichtig, lernt etwas von euren Onkeln und Brüdern und Vätern und Verwandten da draußen. Okay, also Leute, ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung und ich freue mich auf das nächste Mal. Wir sehen uns Samstag, Samstag früh. Bis dann, zusammen durch dick und dünn, euer Coach. So. Vielen Dank.